An vielen Prüfungsorten sind mittlerweile die Themenlisten sehr lang geworden, sodass sie sich tatsächlich auf sehr viele Krankheiten vorbereiten müssen und die Terminologie zu sehr vielen Erkrankungen lernen müssen. Geht kein Weg dran vorbei. Das gilt insbesondere für Münster, aber auch für Bayern, Baden-Württemberg, Hannover und viele andere Städte. Ja, die Prüfungsfälle sind häufig sehr vorhersehbar in manchen Städten, aber im Arzt-Arzt-Gespräch geht es dann doch auch um vieles andere. Nun, den FSP-Lernplan kennen Sie auch bereits. Jetzt möchte ich Ihnen aber zeigen, wie Sie vorgehen, wenn Sie tatsächlich sich auf die wichtigsten Dinge fokussieren möchten oder müssen. Und dann zeige ich Ihnen mal, was Sie tun. Also Sie gehen zuerst mal in den FSP-Lernplan und gehen dann hier über die Filterfunktion zum roten Ausrufezeichen. Das aktivieren Sie und dann bekommen Sie hier eine Hervorhebung von den Themen, die ein rotes Ausrufezeichen haben. Das sind natürlich relativ viele, weil wir natürlich sowieso nur die Themen Ihnen vor allem hier zeigen und darstellen, die wichtig sind. Wenn man das Ganze also neu lädt, was Sie also auch machen können, ist, dass Sie relativ einfach hier in die Themenliste reingehen und hier zum Beispiel bei Gastroenterologie hier Themen und Fälle sich aufmachen und jetzt hier anfangen, die Themen zu lernen, die ein rotes Ausrufezeichen haben. Und wenn Sie dann nun in die Mindmaps reingehen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie hier, ich bin jetzt nicht eingeloggt, aber ich kann Ihnen das mal zeigen, hier in der akuten Appendizite, ich gehe mal direkt in die Mindmap, ich müsste mich natürlich einloggen, dann achten Sie darauf, dass Sie nur alles lernen, was die FSP-Farbe hat, also dieses hellblau. Ja, lernen Sie bitte nicht jetzt hier zum Beispiel bei der Therapie, ich hier mal doppelt draufklicke, jetzt diese ganzen Kenntnisprüfungsinhalte viel zu viel, sondern Sie lernen nur das, was dieses hellblau hat und alles, was dieses grün hat. Das ist nämlich die allgemeine Sprache, ja, so funktionieren die Mindmaps. Wissen die meisten von Ihnen ja sicherlich bereits. Was Sie auch machen können, ist, dass Sie sich die Zusammenfassung anschauen und in der Zusammenfassung auch nur die Dinge lernen, die hellblau sind und hier dann relativ zügig durchgehen können. Und so können Sie in relativ kurzer Zeit die Themen lernen und das Fachwissen hierfür lernen, weil Sie brauchen ein gewisses Fachwissen, Sie brauchen die Terminologie auch für die meisten Fachsprachenprüfungen. Geht kein Weg dran vorbei, sonst können Sie kein kompetentes Arzt-Arzt-Gespräch führen. Und so geht es. Also Sie beginnen in der Regel hier mit der Themenliste. Und haben Sie bitte keine Angst vor langen Listen, weil wenn Sie hier mit den Mindmaps lernen, kommen Sie da auch relativ zügig durch, ist es am Ende gar nicht mehr so viel. Wenn Sie von einer guten Quelle lernen, dann kommen Sie gut vorwärts. Ja, dann lernen Sie auch nicht zu viel, sondern Sie lernen das, was Sie für eine FSP brauchen. Und das ist meine Empfehlung. Und all das finden Sie, wenn Sie einsteigen über den FSP-Lernplan. Das sollte immer Ihr Start sein, wenn Sie mit Ihrem Lerntag beginnen, dass Sie über den Lernplan reingehen, überlegen, okay, welches Fachgebiet möchte ich heute machen? Und dann bearbeiten Sie eben die Themen. Ich zeige Ihnen auch nochmal, wie das jetzt in der Orthopädie-Unfallchirurgie aussieht. Sieht es so ähnlich aus. Ja, hier machen Sie eben Bandscheibenvorfall. Und da werden Sie mir auch alle zustimmen, dass ja, Bandscheibenvorfall, Pneumotorax, Polytrauma, das sind die Dinge, die immer wieder kommen, die immer wieder häufig sind. Und von hier gelangen Sie dann in die Mindmap und lernen dann die wichtigen Begriffe. Und dann sind Sie fertig und vorbereitet für die FSP, was das Fachwissen und was die Terminologie betrifft. Viel Erfolg!